In Waimea habe ich schon mit 13 surfen wollen. Aber die Frage ist, kriegen wir das hin? Der antike hawaiianische Surfsport kann über mehr als 1000 Jahre zurückverfolgt werden. Als Männer, Frauen, Kinder und sogar der große König Kamehameha den Nervenkitzel des Wellenreitens genossen. That shit's impossible. You don't do that. They do it. Come over here, I got something to show you. I feel so alone, gonna end up a big old party now. I feel so alone, gonna end up a big old party now. I feel so alone,babies you always feel my lucky little party now. because we first have to,